Herzlich Willkommen zum Ruhesummel 2024! Wir stehen hier gerade in der Jahrhunderthalle, heute ist Ruhesummit. Hier kommen viele coole Leute vorbei, Startups, Menschen aus der digitalen Welt, die sich vernetzen wollen. Also generell gefällt mir sehr gut die Modernität. Ich bin auch ein Typ Mensch, der generell in der Modernität sehr wichtig ist, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir auch in vielen unnötigen Bereichen, also dass die wirklich viel abgedeckt wird. Ja, also von Beginner, von der ersten Idee, die man hat, bis zum großen Unternehmen ist das, denke ich, für jeden geeignet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.